Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute machen wir tatsächlich die Übung zu letzten Problemen aus dem letzten Video. Und zwar wollten wir hier überprüfen, ob die 4 hier auch wirklich dreimal vorhanden ist. Und das haben wir leider mit ContainsAll nicht machen können. Aber wir wollen uns das als eigene Funktion schreiben, als kleine Übung. Das heißt, eure Aufgabe ist es, eine Funktion zu schreiben, die euch hier überprüft, ob in dieser Liste eine Zahl, also ihr übergebt eine Liste als Parameter, ihr übergebt eine Zahl als Parameter, die ihr überprüfen wollt. Die nennen wir x. Und wir überprüfen, ob diese Zahl y mal vorhanden ist. Das heißt, wir haben drei Parameter und ihr sollt rausgeben true oder false. Und das bitte so elegant wie möglich. Es gibt natürlich mehr als nur eine Lösung dafür, aber ja, versucht das ganz elegant zu lösen. Okay, dann pausiert mich kurz und wir hören uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt geht es um die Lösung. Wir wollen uns eine Funktion schreiben, die überprüft, ob eine Zahl, das heißt, contains y times, äh, contains times nennen wir es einfach mal. Wir wollen uns eine Funktion schreiben, die überprüft, ob in Liste, Liste vom Typ, äh, mit dem Typen Integer, ob dort eine Zahl x, und das heißt, ähm, Element, nein, halt, wir haben sie x genannt, ähm, vom Typ Int, und wir haben y mal gesagt, das heißt, y als Anzahl, ob die da drin ist. Und zwar wollen wir hier eine Boolean rausbekommen. So, wunderbar. Und was wir jetzt hier machen, ist eigentlich relativ simpel. Wir überprüfen folgendes. Also, wir können das direkt als einzeilige Funktion schreiben und das ist die große Herausforderung. Versucht das mal als einzeilige Funktion zu schreiben, wenn ihr es nicht gemacht habt. Pausiert mich währenddessen nochmal kurz und jetzt geht es weiter. Wir wollen hier tatsächlich auf dieser Liste einen Filter ausführen. Das heißt, wir filtern hier direkt einfach mal, hey, ähm, ist denn mein it gleich gleich x? Falls ja, dann ist gut, dann behalte das. Falls nein, dann lass es weg. Und dann geben wir einfach nur die Size zurück. Das ist eigentlich schon alles, was wir hier haben wollen. Ähm, allerdings müssen wir jetzt natürlich noch überprüfen, ob diese Size auch wirklich gleich gleich y ist. Das heißt, wir, ähm, ja, wir nehmen uns diese Liste, nehmen von dieser Liste nur die Elemente, die x sind, und überprüfen, ob die Länge dieser Liste gleich y ist. Und damit können wir das relativ einfach überprüfen. Das heißt, wir sagen hier, printline basic list, Punkt, ähm, contains times, contains, äh, ja, das wird mir nicht angezeigt, ne? Logisch, weil ich das hier nicht in diese Klasse reingeschrieben habe. Mach das weg, bitte. Dankeschön. Irgendwie hat es gerade geleckt ohne Ende. Keine Ahnung warum. So, contains times, basic list natürlich. Das ist jetzt natürlich doof, dass wir die nicht in der Klasse drin haben, aber es funktioniert trotzdem. Basic list, wir wollen die Zahl 4 haben, und wir wollen sie dreimal drin haben. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir drei, vierer in dieser Liste drin finden. Nein, tun wir nicht. Hm, schade, schade. Jetzt probieren wir hier mal noch eine letzte Zahl reinzupacken, und wir sehen, haha, sie ist offensichtlich drin. Und damit haben wir eine Funktion geschrieben, die genau das für uns tut. Die überprüft uns, ob in der Basic list die Zahl 4 dreimal vorhanden ist. Wunderbar. Ähm, ich hoffe, euch hat die Übung gefallen, und ja, wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.